Ich habe ein Anliegen. Im Februar wurde hier in Bremen das Wahlrecht geändert, und zwar das Auszählungsverfahren. Das hat aber kaum einer mitbekommen. Aber wir haben jetzt ein Volksbegehren dazu gestartet, weil wir nämlich den Einfluss der Bürgerinnen und Bürger wieder stärken wollen. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass ihr dieses Volksbegehren unterschreibt und das Video teilt und allen Leuten sagt, dass es dieses Volksbegehren gibt.